Durch die Hoffnungswirtschaft mit Walter Niefeld. 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 Und wenn wir von seinem Walter drinnen, heißt das Lebensw Walter, dann sagt die Bibel, was uns never mehr darf. Ohne Walter kann man nicht leben. Und ohne Jesus darf man kein geistliches Leben und darf man kein ewiges Leben. Herr Jesus, helf uns, dass wir das Leben haben. Dass du das Brot, das Lebensbrot bist. Dass du das Lebensw Walter bist. Herr, Emma, war da für sich wie mit uns eine Kraft. Und Emma, war da, liegt wie unge. Und wir wollen lernen, nur die zu tschechen, von die zu äten. Von die zu nehmen, von die zu drehen, von die, das eigene Leben zu nehmen. Und wir bitten die Nummer, Jesus. Amen.